Hallo und willkommen zu einer neuen Runde Minecraft. Ja, wir spielen diesmal Bad Wars. Den-den-den-den. 2 Achterteams mit dabei sind Spongebob und der Akku-Raten. Zytoxin. Zytoxin. So, Werbung. Oh, ey, wie spielen die Kacke mehr Map. Na, die ist Kacke, ich weiß. Mein Gott, ich krieg nicht an Bronze. Selbstmord. Tim. Aber ich dachte... Timmer. Ja, das fand ich auch grad. Timmer hat selber was gemacht. Ey, mir fällt grad, ich hab nur 18 Material, ich muss noch ein bisschen Material empfangen. Ich hab auch nur 33. Ey, guck mal, da ist Diamond Man. Der hat einen Diamanten-Skin. Digga, ich war grad sagen, Alter, als ob der sich jemand Rüstung hat. Nein, der eine baut sich zu. Wer? Äh, da zum Bett baut er sich eine zu. Ich versteh aber vollkommen nicht, warum. Oh Mann, warum machen die denn alle? Süße. Ich finde das nicht in Ordnung. Immerhin will ich die töten. Ey, wo gibt es Silber? Oh Gott, keiner wäre in den Tod gefallen. Lang die Folge dauert. Russian. Russian Factory. Lalalalalala. 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 Bis offen. Leute, komm jetzt. Leute, deine Baut sich in die Mitte. Gibt's mir in die Mitte? Gold oder so? Gold? Da gibt's immer Gold. Wo gibt's Silber? Na ja, wo gibt's Silber, meine ich? Auf den Oreo-Keksen. Oder auf den normalen Keksen. Ne, das riskier ich jetzt nicht für Silber. Ich bin schon da. Hä, wo bist du denn jetzt, Alter? Oben, oder was? Bei den Oreo-Keksen, wie ich sagte. Ja, nein, nein. Ach da! Meins. Alter. Direkt 187. Ihr braucht da nicht alle hinrennen, ne? Da ist nur ein Spot. Ja, ich würde auch was haben. Ey, die kommen schon zu uns, ne? Die rushen uns. Nein, die sind doch... Hä, die sind nicht da. Ich seh die nicht, ne? Oh Gott, ich hole mein Schwert. Ich. Ich hab nichts, falls das... dir auffällt. Mal essen, Alter. Oh Gott, ich wär grad fast gestorben. So kostet das scheißbeste Schwert. 100... 150, ich hab's. Das zweitbeste, oder? Warte. Hat das, äh... Eckrate, was hat dein Schwert für eine Schärfe? Äh... 2. Alles klar. Wird das gleiche. Das ist das stärkste. Ja, dann hab ich das stärkste. Ey, ich brauch Essen. Ich hab nicht mein Material mehr für Essen. Ja, wirklich, die bauen jetzt... Ey, die haben Angst, dass ich... Die, äh... Pushen uns, falls es nicht checkt, ne? Doch, das blaue, ich seh den doch. Der haut wieder ab. Ey, der towert der Ficker. Ja, die sind bei Bett, ne? Die sind übrigens beim Bett. Wie, nein? Doch, natürlich sind die beim Bett. Ja, die sind beim Bett. Ach, da oben! Willst du dann hochkommen, Alter? Bin oben. Fick ihn, fick ihn, fick ihn, fick ihn. Hab ihn, hab ihn, hab ihn. Der war grad am Bett abbauen. Hab ihn gefickt. Ernst, jetzt komm ich wegkommen. Jetzt kommt ihr alle. Wollt ihr mich natzen? Der ist doch schon tot. Deiner hat grad fein was sucht. Ey, pass auf, deiner... Deiner hat grad grad... Wollt grad so... So stark kommen, dass er beim Versuch rüber zu springen ist, gestorben ist. Decken, Alter, ne? Boah, direkt 80 Materialien. Erstmal direkt das Team Flame. Junge, ich war auch auf dem Weg, Alter. Du auch nicht. Da bist du. Hallo, ich bin Pädobär. Oh Gott, ich dachte jetzt, ich bin nur da. Junge, dein Hund. Ja, Junge, du bist der Köter vom Herrn. Ey, Digga, einer hat gar kein Gesicht. Sein ist Köter vom Herrn. Deines Kinder hat gar kein Gesicht. Ja, der ist Slender. Slenderman in grün. Ja. Das ist dein neuer Slender. Wahrscheinlich. Digga, wie kalt der Kölk ist das der bo... Toiester Bogen. Wo seid ihr alle, Alter? Ah, die pushen. Ja, hab ich auch grad gedacht. Ey, du bist wirklich beim Silberspot, da brauch ich gar nicht hinlaufen. Ich bin nur mit dem... Ich bin unser... Ich bin unser wichtiger Bogenschütze, Alter. Nice. Sponisch hast du einen Bogen, aber keine Pfeile, oder was? Nein, ich bin... Ich hab... Ich hab gesagt, ich bin ein wichtiger Bogenschütze, aber ich hab keinen Bogen und keine Pfeile. Nice. Ich bin ein guter Bogenschütze, ich brauch aber erstmal einen Bogen und Pfeile. Wie... Ach, ey. Wollt ihr noch einen anderen Silberspot? Bei den Cookies? Nee, da... Alter, da reden die... Joa, wahrscheinlich. Vergiss das nicht. Ich hab mich vorher wahrscheinlich nicht. Die anderen haben... Die anderen sind auf ihrer Seite. Mach du einfach, ich hab mir auch zu denen einen hingebaut. Nein, ich... Ich meine im Sinne von, ich hab wahrscheinlich nicht mehr rüberzubauen. Nicht verarschen. Ich weiß leider nicht mehr wie du aus siehst, kenn ich deinen Namen. Scheiß Digga. Nein, ich will das nicht. Ich will so grün. Ey, ich kann mir einen Bogen holen. Junge, das... Einer kommt rüber zu uns. Einer kommt rüber zu uns. Einer... Ja, Sola, 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 Sola. Von vorne, unten. Ja, ich seh's. Sola doch, der ist eh tot. Einer? Der Tower, der Tower, der Tower. Ich geh zum... Ich geh zum... Ich geh zum fucking Bett. Ja, mach mir Sinn noch. Digga, ich weiß mal. Jetzt mach ich... Ich hol mir ne... Ich hol mir einen billigeren Bogen und hol mir Pfeile. Wo ist der denn, Alter? Weiß ich nicht. Der... Der ist... Ne, hä? Der ist noch hinten. Der ist noch... Oh... Ich hab mich runtergefallen. Der ist noch weiter hinten bei sich. Der ist zurückgelaufen, oder was? Ja, der ist noch... Der ist nicht mal gekommen. Der ist schon wieder beim Silberspot. Ich hab jetzt einen Bogen, ne? Aber ich geh nicht den besten... Oh, leu. Sogar ein Fall rüber. So. Muss auf die blauen schießen, ist wohl nicht, ne? Ja. Ja. Nicht auf uns. Ja, ja. Bescheid von deinen verräterischen Aktivitäten. Achtung! Eine Bombe... Ach, ich dachte jetzt euer Bett wurde zerstört. Ja. Oh, die Schabila! Junge, das sind so richtig alle Rockball-Typen. Voll die Islamisten. Ey, Digga, wir klauen uns hier die scheiß Bronx. Ich brauche... Baut dich doch einfach zum Silberspotify rüber. Ich schaff das nicht dahin. Soll ich zum Napsen, Junge? Da ist kein Gegner. Keiner verschießen. Ja, ich schaff das aber nicht vom Rüberbauen her. Ja, ich schaff da irgendwie eine falsche Tasche, dann fall ich runter. Nice. Du musst doch nur schütteln. Ja, Alter. Loll. Loll. Lasschen. Loll. Jetzt kommen die dummen. Die werden kämpfen da an sich jetzt. Ich hab 16 also. Das war aber kein Wunder, weil die waren, äh, wir spielen 5 gegen 7. Du trotzdem, Alter. Geht noch das Bett vor, als wir sterben können als wir. Ich bin tot! Lass, Alter. Ich hab mir gerade den besten Boot geholt. Bist du runtergefallen oder was? Ja, ich bin, nein, ich wurde abgeschossen. Leute, aber es hat einen Kill gegeben. Natürlich hat es einen Kill gegeben. Nee, da standen Atomis gestorben. Ja, und hast du mal über da, wo, äh, plus 3 Materialien entsteht? Hast du da mal geguckt? Da stand nichts. Da stand, was du mir... Oh, wieder. Der ist wohl jetzt der Hand. Ne, am Silberspot ist einer, aber ich muss mich schnazen. Muss ich mich ficken. Oh, da hinsch den. Digga, jetzt hab ich den besten Bogen, jetzt fick ich die. Du musst einfach nur rüber gehen und mit dem Fett dratschen. Ja, wenn die Bogen haben, ist scheiße, wenn die mich dann treffen. Hä, sind die bei sich oder sind die gar nicht mehr? Die sind nur noch zu dritt. Die kommen nicht rüber. Das hängt jetzt nur davon ab, wie lange wir das jetzt auch durchziehen oder was. Ich hab nicht mal einen Brustschutz, fällt mir gerade auf. Nein. Lol, der hat das Spiel verlassen. Warum verlässt er das Spiel, der Lappen? Er ist vor allem voll auf Bettklauern. Digga, hast du den besten Bogen wieder? Nein, ich hab nichts. Man hat irgendwie einen Fallschaden. Der Hupensohn, ich hörst dir, was ist mit ihm? Ach, Spongeboy die ganze Zeit beim Silberspot, alter. Ey, Daniel, hab ich gerade angeschrieben, ihr seid früh die 31er. Ich hab 800 Materialien. Digga, geh mal was ab. Ja, ich war, ich hab mich schnell zum Silberspot. Ach, schau. Und jetzt wird ich runtergeschossen und alles. Schon wieder. Mein Gott. Äh, der beste Brustschutz. Ach geil, ich hab zwei Bogen. Will jemand einen Bogen haben? Ja. Warte. Welch ist denn jetzt der beste Bogen überhaupt? Gib mir einfach einen. Hier, warte. Alter, wo bist du denn jetzt? Hier. Hier. Ach, sind zwei Pässen? Hätten wir eigentlich den besten holen können, aber YOLO. So, ich hab erstmal 64 Pfeile. Du hast ja keine Materialien mehr. Nee, ich hab nix mehr. Ach so. Mal kurz im Silberspot, alter. Nice. Nein, das ist jetzt nicht mal. Loll. Unbesonsten aufgegeben. Nice. Geil, ich war noch voll equipped. Ich war auch voll equipped. Die Hunde war gegen jetzt aber schnell, ne? Ja, weil wir gegen 6 Leute gespielt haben. Oder gegen 5, glaub ich nur. Wir können auch direkt nach einer Match hinten dranhängen, oder? Kommt wieder der Pädo-Hund, alter. Guck mal. Ich bin Iron Man. Ich kann nicht starten. Und jetzt füge ich die Gedenke. Meine Triebwerke sind kaputt. Das sieht ja schon pervers aus, ne, Sponge? Junge, ma piss dich. Gangbang. Gangbang. Nichts mit Gangbang, alter. Na, Sponge, lass mich. Was? Da mach ich mal runter. Was ist denn der Lobby? Junge. Nehmen ihn von hinten, alter. Ah. Oh Gott, das ist so pervers. Ich weiß leider nicht mehr, wie du ausziehst. Nein, nicht jetzt, alter. Nein, ey, ich sag nur GEMA. Ey, ohne Wind, das kann schon reichen, dass die GEMA, das, wenn wir Pech haben, sperrt die GEMA schon das Video. Das geht. Ja, sagt das so, ja, wahrscheinlich, alter. Wüste? Nein, ich hab schon für Wüste gevotet. Ich hätte gerne lieber Nat... Dschungel gespielt. Natur ist geil. Ja, aber unter dem Pech schon. Nein, wir sind zwei gegen... Hä, du hast doch mal aus dem Team gewechselt. Die Team gewechselt. Bist rot. Nein. Komm mal blau rüber. Doch. Lol. Komm mal blau. Schnell, Master. Geht nicht. Ich konnte aber in rot gehen, klar. Ja, jetzt... Hä? Aber ich kann... Ich bin immer noch nicht im blau. Junge, du willst doch mal in rot bleiben. Dein Typ soll sich mal verpissen aus blau. Das ist Sponge, ne? Ja, aus rot. Soll ich jetzt versuch mal rot zu kommen? Und? Jetzt kann ich wieder blau. Kannst du blau? Ja. Jetzt passt. Soll ich geh mal blau. Der ist doch blau. Äh. Ja. Hä? Ich kann nicht mehr rennen, alter. Ja, bist doch scheiße. Lol, Dschungel, gewinnst du gar nicht. Votet mal für Natur. Ich kann nicht mehr voten. Ich hab schon gewotet. Sponge, vote für Natur. Für was? Wie kann man sein Vot zurückziehen? Ja. Gar nicht. Ich hab auch für Wüste gewoautet. Ich wollte nicht für Wüste. Wollt nicht für Wüste. Wollt nicht für Wüste. Natur ist die beste Map, ne? Nein, irgendwie nicht. Hast du denn mal... Blau? Blau. Wir haben ja kein Internet. Ja, es sei denn, wir wollen... Es sei denn, wir spielen alle gegen Accurate. Hör mal auf. Nice, der Typ von uns hat kein Internet. Aber wir spielen alle gegen Accurate. Ja, wahrscheinlich, alter. Okay, alter. Ist okay, was... Alter, wir haben gleich... Ey, hör mal auf, wegen der Gamer, Mann. Ja, wenn doch, alter, dann ist Master Runs schuld. Und ihr Du auch. Junge, weil... Junge... Bei dir hört sich das... Bei uns hört sich die ganze Zeit nur wie so'n scheiß Rauschen an. Nein! Master... Master... Master Natur hat vier Volts. Ja, und wie ist Du auch? Und wie ist die Natur? Geil. Und das ist die wenigerste Map, ma? Das ist die geilste Map, ja. Das hab ich nicht mal gespielt. Natürlich hab ich die schon gespielt. Nein! In der Mitte... Pass auf, das sind zwei Inseln und in der Mitte ist eine große Insel mit einem Baum. Und ich hab... Die haben wir schon mal gespielt. Siehst Du, ich hatte voll recht. Aber wo waren die Spots? Ja, genau. In den Seerosen-Dingern da. Was ist Sponge? PS, find'n Scheiß. Ey, Sponge, das ist mein Spot. Dann geh ich auf den hier. Loil, wo habt ihr denn eure Spots? Silverspots. Ach, loil, wo sind denn die Silverspots? Ah, loil. Krieg die ganze Zeit meine... Hört! Angenomen! Angenomen! Ey, wie denn jetzt einfach sind uns die Materialien zu klauen? Und ihr kriegt einfach nicht hin, weil wir perfekt draufstehen. Pff, komm wieder an, er ist erschrocken. Ey, Junge, was ist mit dem? Er kriegt das eh nicht, weil du da stehst. Du bekommst doch die ganzen Materialien, aber nicht. Ja, hier ist Juck. Du brauchst grad hoch scrollen. Ey, Master, ich hab nicht meinen starken Bogen zusammen, ne? Ey, Junge, das hört die ganze Zeit nur an so'n Rauschen, das nervt. Das nervt. Ja, wie geh ich noch auf? Junge, jetzt sag mal wirklich leise, Alter. Dann siehst du's. Dann zisst du's. Dann zisst du's? Ey, wo bist du... Ich weiß gar nicht, wie viel FPS ich hab. Ich hab... Sag mal, wie viel Mets habt ihr? Ey, 240. Nice. Was hast du? 270. Was, du kriegst mit Bronze mehr? Ich steh die ganze Zeit am Bronze Spot seit Beginn der Runde. Ich steh die ganze Zeit seit Beginn der Runde... Ne, noch nicht ganz mit Beginn der Runde. Jetzt hab ich 270. Wird der Vorzap angeschrieben? Ja. Bei der Schreibtischmöbel richtiger 31er. 4,5 Ja weißt du, ich glaub die Gegner kommen schon und wir stehen einfach immer noch auf den Spots Ja man Und wieviel Material denn habt ihr so? Nice Werde du? 350 Nice Also ich glaub ich mach mit Bronze echt mehr als ihr Wisst ihr wieviel ich hab? Okay 528 31 34 37 40 Ja ich hab mir meinen besten Bogen ne Guck mal auf deinen Spot, wo ist dein Spot? Wo ist dein Spot? So Ah nein, ich stehe Ich stehe mal auf den Spot Ich stehe mal auf den Spot Also das lohnt sich das nicht Ja und da ihr beide nicht mehr da seid, kriege ich immer 20 anstatt 10 Nee, du kriegst halt nix Vergeset Meins Meins Ja Ja gut, das hört sich weg, kann ich auch schon nicht leisten, Alter Hallo Du hast nicht mal nen Bogen, oder? Haha Ich würde sich verarschen, ihr habt den teuersten Bogen Ja Wahrscheinlich, Alter Ahloi Weißt du, und gleich zündet irgendjemand ne Bombe und so nehmt, wir sind alle tot Ja Weil wir alle nebeneinander stehen Ja, komm hier Er zündet einfach bei dir ne Bombe Weil du so gut aussiehst Er zündet bei dir ne Bombe Ich zündet bei dir ne Bombe Nein, ich will von Bronzes Bombe nie weggehen Ich will nie weggehen Und wie viel Material, ne? 600 200 Nein, ich hab grad wieder 300 Er hat einfach nur 2 Ja 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 Ey Crad, du sollst ja auch was kaufen, bevor die Gegner hier ankommen Nein, noch nicht Nein Nein Schut doch nicht Ja, wir spannen, wie sie toll ist das Schwert, weil er ist das Das ist schwer, äh, warte, toll ist das Schwert, wie viel kostet das? 150, ne? Das ist Putsch Ich lass die, ey Ich warte, bis die, äh, ich warte, bis einer zum Silbersport kommt, und dann, äh, hol ich den das vor seinen Augen weg Lass mich mal das Silber da holen Nein Du wolltest den Bronzes Wort Das ist Putsch, verlass ich Junge, war pissig vor meinem Spot, du Hurensohn Schleμip Hilf dir jemand Hat der jetzt Silber schon mal gemacht oder was mit dem? Ja, der hat sie selbst noch gemacht Also Bogen 450 Schwer и 750 Pack 네 300, also beat no 10050 properties faced das mit wem ja weil du vom Spot weggehen sollst, die haben nix die Leute ja und Pech für die sollen die zum Silberspot gehen ihr seid ein gutes Team ja und, würden die genauso machen ja, sollen die am Silberspot für nicht ja aber ey, ich lass immerhin einen Silberspot frei wenn einer kommt ja dann soll doch mal hin dahin gehen alter ne, der will ja Bronx sowieso sieht Junge, verpiss dich du Junge ne, du kriegst das nicht, verpiss dich und wieder zum Spot also accurate ne, wenn du dir nix holst und die Gegner kommen gleich und töten dich dann, äh, tötest dich noch mal der Silberspot geht in den Lacken alter kann er nicht lesen du kriegst hier nix, verpiss dich das einfach nicht checkt alter so, toll, ist das Gittergapier auch du hast sie denn und ich hab nen golden apple ey, der Typ checkt das nicht, ne hier ist bei 1050 einkaufen was willst du einkaufen? Bogen, du hast Bogenpfeile was hast du rüst und teuerstes Schwert warte, ich hab vergessen was ich noch kaufen will ich will mich noch, also ich brauch, ne ich geh bei 1200 erst so, hier liegen jetzt 40 40 Materialien 8, ne, 60 Materialien 80 Materialien Junge, ich sag dem die ganze Zeit, er soll silber gehen aber ihr checkt das einfach nicht Materialien 110, ne 120 liegen jetzt hier der andere Spot ist frei und er geht da einfach nicht hin 140 liegen jetzt hier 160 180 200 Materialien liegen hier auf dem Boden so, ich hab mir ne 100 gegönnt weil der andere 100 nimmt ich hol mir die 100 nein, der andere hat die jetzt guld und dein Spot ist besetzt krass guck mal, ich check nicht warum der Typ die ganze Zeit bei mir so steht da ist einer in der Mitte, ne und der beschießt uns ja und schon wir sind alle in der Mitte und beschießen sollen die ich juck mich nicht nein, ich hab ihn einfach getroffen da hast du getroffen? ja, ich hab ihn getroffen oh, oh, baum den baum unten, ein Tunnel jo, ey, ganz unten, Vicky, unten wie, die baum unten, ein Tunnel, wie soll ich das verstehen? ja, unten, dann weißt du was du schießt den baum denn da ist da ist keiner hat das Bett eingebaut, ne ich glaube jetzt auch gar keine als ob du das jetzt machst golden apple was bringt der denn ich brauch paar mal drehen als machte und er hätte die die bauern unter ihr ist ein tunnel der sache an ja da tut was gegen was soll ich dagegen machen hat das nicht ich muss mir doch mal pfeile kaufen ja kauf die pfeile ich hab nicht genug geld ich hab alles gekauft außer die pfeile wobei es der typ holt den material und verreckt einfach direkt jetzt habe ich 100 jetzt habe ich 100 in der f64 wo sind die denn keine ahnung irgendwo unter das bau bau alter ob so viel ist zu dumm zum bauen nice nice team play spawn jetzt habe ich alles geklaut jetzt ja es geht auch keine hin zum spot ja 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 ich bin schon geklaut ja dann das macht doch gar keinen sinn wenn man sich mal weiter kriegt obwohl einfach nichts hat also obwohl man schon alles hat mein ich bin zu dumm ich bin zu dumm ja glaub ich dir direkt aufs wort ich bin zufrieden ich bin zufrieden brocken soll ich ich bin ich bin ich bin ich bin dein was das was So, bin in der Mitte, ne? Falls jemand ne interessiert. Ja. Wir kommen in die Mitte! Uts! Uts! Neck, du sch... Basti, Alter! Ha! Gekillt! Ich brauch, äh, kann mir jemand Pfeile bringen? Irgendjemand hat doch mit sehr Material empfohlen. Euch, oder? Ich komm mir grad hier, welche? Willst du mich verarschen? Du sammelst die ganze Zeit aber hast keine Materialien oder was? Nice! Noch ein Kill! Bogenschützenkönig hier! Ey, Leute, ich hab' noch neun Pfeiler, ne? Wenn ich die nicht zurückhalten könnte, dann können wir die Mitte knicken. Ja, hätt' ich mir fallen, wenn wir müssen! Willst du mich verarschen? Nein! Ich bin der einzige, der hier rushed! Hä? Da war doch grad'n anderer Typ noch in der Mitte! Ja, hier sind wir bitte! Komme! Sind wir blau oder rot? Sind wir blau oder... Achso, okay, da hab' ich's grad' drunter fliegen sehen! Was? Warst du reichen 31 Pfeile? Was? Ja, ja, sollte, sollte reichen. Aber wir, wenn ich grad... Nice! Äh, Eckred, du musst dann hier... Sind wir blau oder rot? Blau! Blau! Was? Bist du denn? Hier, hier oben, warte, Frau Rotter! Hier! Warte, äh... Sind wir blau oder rot? Ähm... Werf... Werf einfach da ist! Danke! Kann ich die weiter beschwunden gehen? Den, wo die Spacken sind! Diesen weg! Ich wurde runter! Ich wurde runtergeschlagen! Hier ist einer! Wo? Wo, 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 wo? Da, wo ich grad war! Jo! Da ist er! Hab ihn! Hab ihn! Ne, der ist auf Hintel! Pass auf! Euer Witt wurde zerstört! Ich war ja in der Witt! Haben sie die von euch denn hoch gebaut? Ja, haben die! Ich hab doch gesagt, die am Tunnel! Ich bin super Defender! Ich werd nicht sterben! Ich bin super Defender! Ich werd nicht sterben! Ich lebe auch noch hier! Komm hier hoch, komm hier hoch, komm hier hoch! Die nehmen uns hier oben in den Mangel! Mit Bogen! Schon wieder getroffen! Schon wieder getroffen! Denn! Hier unten! Nein, nicht schießen! Nicht schießen! Wir verstanden Pfeile! Ich hab' hundertvierend, ich hab' hundertvierend, ich hab' hundertvierend, also ich hab' genug! Okay! Oh Gott! Bist du tot? Nein, von hinten, von hinten, von hinten! Nein, 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 nein! Oh Gott! Du, äh, du musst, du musst lernen, ganz schnell die Hotkeys zu verwenden. Also ganz schnell auf eins zu drücken, damit du dein Schwert auswählst. Hier vorne, hier vorne, hier vorne, hier vorne! Ja, bin tot, ne? Ja, bin tot, ne? Hab' ihn! Boah, mit dem Bogen, Alter! Nein, ich bin ganz runtergefallen! Was ist bloß? Weil, ey, ich hab' so wenig Herzen! Ich hab' so wenig Herzen! Ich muss einmal getroffen werden, und ich bin tot! Spawn, schauen wir mal zu, mit dem Kompost! Dann kannst du mal wormen! Nein, ich bin tot! Scheiße, alles klar! Alles klar, schau mal zu! Ich überleb' das noch! Komm, wir machen ne Challenge! Ich, ich muss bis 20 Minuten! Oh nein, da ist einer! Was? 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 Ja, ich... Ey, mir wurde ne Freundschaft ein-Frage-geschickt! Nice! Schau einfach mal an! Ey, dieser Mr. Viko ist der Typ, der mich, ey... Oh Gott! Nein, Spawnsch, nicht Ghost'n! Ghost'n ist böse! ich wusste das ist wenn du wenn du truppest und mir sagst ob deiner ist ich hab noch ein golden apple alle fläge dort müssen also wurde keine ahnung alle die beschließen Wie konnte man noch mal in den Old Chat schreiben? Äh, Hashtag. Und der nächste Tod. Ich bin alleine! Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Immer noch da wo ich war! Ich bin tot! Nein! Oh, knapp! GG! Boah, wie viele Bomben, die einfach hatten! Äh, ja, aber... Ha! Ha! Ja, genau. Ha! Ciao! Ciao!